Mache etwas, was die Herzen der ganzen Familie berührt. Diesen Erfolgstipp habe ich von Boney M-Sängerin Liz Mitchell bekommen. Und darüber schreibe ich in meinem heutigen Blogbeitrag. Denn ich denke, dass du als Führungskraft deine Firmenfamilie auch zusammenbringen möchtest und alles dafür tun, dass es ihnen gut geht, um gemeinsam am Unternehmenserfolg zu arbeiten. Nur wie ist das möglich? Wie finde ich neue Leute? Wie finde ich die richtigen Leute? Wie sieht Recruiting heute aus? Wer bewirbt sich im Grunde genommen bei wem? Und wie funktioniert es, dass du Menschen, die genau für das brennen, was du anbietest, findest? All das und noch viel mehr findest du jetzt in meinem Blog auf www.normen-gra-ether.com